So, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von unserer Academy on Air-Reihe und zwar heute mit dem Thema individuelle Erfahrungen dank Automatisierung. In der letzten Episode ging es um Möglichkeiten in den Suchkampagnen durch automatisierte Geburtsstrategien bessere Ergebnisse zu erzielen und heute ganz besonders im Fokus, welche Möglichkeiten haben wir noch Zeit zu sparen mit dem Produkt und dabei automatisierte Lösungen zu nutzen, die über die Geburtsstrategien als solche hinausgehen. Aber bevor wir anfangen, würden wir uns sehr gerne erstmal vorstellen, ich bin Lukas, ich arbeite hier bei Google als strategischer Berater und arbeite besonders mit deutschen mittelständischen Unternehmen zusammen und entwickle gemeinsam mit ihnen Strategien, wie sie ihre Online-Präsenz noch ein bisschen verbessern können und das ist mein Kollege. Genau, danke Lukas, ich bin der Nils, ich konzentriere mich hauptsächlich auf deutsche Startup-Kunden, berate sie dort im strategischen, aber auch, sag ich mal, im Marketing-strategischen Bereich und genau, gemeinsam mit Lukas leiten wir heute einmal durch die Academy und eher bezüglich der Erfahrungen dank Automatisierung. Um es einmal ein bisschen in Richtung der Agenda aufzunehmen, fangen wir einmal damit an, wie wir durch Automatisierung die Erfahrung für ihre Kunden komplett individuell gestalten können und wie wir die Nachricht, die sie dem Kunden vermitteln möchten, komplett individuell designen. Dafür gehen wir am Anfang einmal auf die Suchkampagnen ein, danach ins Display-Netzwerk und anschließend auch vollautomatisierte Kampagnen, wie wir damit noch besser die Kunden erreichen können, um das Ganze am Ende noch einmal kurz zusammenzufassen. Und warum ist Automatisierung wichtig? Warum ist Automatisierung wichtig über die smarte Gebotsstrategien hinausgehend und dafür, um eine Zahl mit ins Spiel zu bringen, 3,6 Milliarden Suchanfragen werden jeden Tag bei Google gestellt und ein Großteil oder ein Teil davon ist komplett neu, wurden also noch niemals gestellt. Und wie können wir jetzt unser Marketing so nutzen, dass wir jedem dieser Suchanfragen, wenn unser Produkt dafür relevant ist, tatsächlich auch die richtige Botschaft rüberbringen. Und dafür würde ich gerne am Anfang einmal ein Beispiel bringen. Ja, wir haben drei verschiedene Nutzer, die nach einem Hotel suchen. Da fangen wir einmal an mit Jürgen. Jürgen sucht nach dem Golden Hotel Business, weil er einen Firmenretreat buchen möchte für sich und sein Team. Er braucht vor allem kostenloses WLAN, er braucht keine Forenzräume zum Arbeiten und optimalerweise auch Gruppenrabatte, da sie ja mit einer größeren Gruppe kommen. Dann haben wir aber gleichzeitig Diana, die einen Familienurlaub buchen möchte und nach Golden Hotel Holidays sucht, sagt aber ganz klar, hey, sie möchte entspannen, sie möchte Betreuung für ihre Kinder haben. Und als dritten, keine Daten, haben wir noch Sabine, die nach einer Hochzeitslocation für sich auf der Suche ist und möchte dafür eine Gourmet-Küche, möchte einen Veranstaltungsraum, der größer ist als nur ein Gruppenraum, aber gleichzeitig auch Gruppenrabatte. Jetzt haben wir drei Kunden, die alle nach dem Golden Hotel suchen und wie sprechen wir alle drei an, dass sie sich wirklich persönlich adressiert fühlen. Und, naja, es ist ein Produkt, sehr lange Kaufprozesse und wie können wir Automatisierung dafür nutzen, diese Message wirklich individuell zu gestalten. Ja, und das ist im Endeffekt euer Job oder unser Job, dass wir, in diesem Fall Rebecca, all diese Kunden, also all diese potenziellen Kunden mit individuellen Nachrichten ansprechen möchten, ob es jetzt um die Hochzeit, Konferenzen oder ein familienfreundliches Hotel geht. Wie können wir das aber machen, weil auch Rebecca nur limitiert Zeit hat, den Account natürlich auch zu pflegen und die Nachrichten immer individuell anzupassen. Naja, und genau darum wird es heute gehen. Wie können wir die Message individuell gestalten? Wie können wir Automatisierungsmöglichkeiten nutzen in der Suche als auch im Display, um sowohl Jürgen als auch Diana als auch Sabine individuell anzusprechen und dabei natürlich noch Zeit zu sparen und am Ende auch möglichst effizient unser Produkt einzusetzen. Und dafür... Genau, da haben wir jetzt zwei Perspektiven, von denen wir uns der Thematik ein bisschen annähern können. Einmal geht es wirklich um die Anzeigen oder die Kampagnen, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt, also die ganz klassische Suchkampagne, die klassische Displaykampagne. Was haben wir da für Hebel, um wirklich individuelle Nachrichten, personalisierte Nachrichten an unseren Nutzer zu bringen? Und dann, um das Ganze mal eine Stufe weiter zu denken, geht es dann wirklich darum, was gibt es vielleicht noch für Kampagnenarten, die viele von euch noch nicht kennen, die jetzt bei uns im Laufe des letzten Jahres wirklich nochmal besonders in den Fokus gerückt wurden. Was gibt es da nochmal für Möglichkeiten, da tiefer reinzugehen? Ich fange jetzt mal an mit den smarten Anzeigen und später wird dann auch Nils ein bisschen über automatisierte Kampagnen reden. Und zwar, was haben wir da für Möglichkeiten? Ich habe es kurz angedeutet, einmal haben wir das klassische Suchnetzwerk. Das kennt ihr alle, die Suchkampagnen. Und da haben wir eine neue Anzeigenform, beziehungsweise ein neues Anzeigenformat, mit dem wir wirklich gezielt individualisierte Nachrichten steuern können, wie wir Zeit sparen können, wie wir wirklich ein tolles Produkt an den Mann bringen können. Und dann eben auch noch eine schön automatisierte Lösung, die dynamische Suchanzeige, die sogar Anzeigen automatisch erstellt, je nachdem, was diese dynamische Suchanzeige so auf der Website von euch gefunden hat. Und dann können wir auch noch ein bisschen auf das Display-Netzwerk eingehen. Genauer gesagt, was haben wir da für Möglichkeiten, nochmal personalisierte Nachrichten an den Mann zu bringen und die Person am Ende dann dazu zu bringen, dass sie dann mit euch interagiert und euer Produkt kauft oder was sie auch immer euch für Ziele gesetzt hat. Genau. Ja, anschließend, wenn wir an die Academy von der letzten Session uns jetzt noch orientieren, wie passt das alles zusammen? Und dafür, wenn wir automatisierte Gebotsstrategien nehmen und diese mit automatisierten Creatives, also Anzeigentypen, verbinden, dann kommen wir im Endeffekt auf automatisierte oder vollautomatisierte Kampagnen, deren einziges Ziel es ist, im Endeffekt euer Unternehmensziel umzusetzen. Da haben wir einmal die smarte Display-Kampagne, die Automatisierung wirklich komplett in die Hand nimmt und sagt, okay, im Display-Netzwerk, wie erreiche ich dort Verkäufe, Leads, was auch immer das Unternehmensziel ist. Gleichzeitig auch die universelle App-Kampagne, ein relativ schon altes Produkt bei uns, das aber sich auch über die Jahre bewertet, um einfach App-Downloads weiter zu fördern. Dann natürlich lokale Kampagnen um Store-Visits. Viele von euch haben tatsächlich Geschäfte, wo sie möchten, dass die Leute hinkommen. Dafür sind lokale Kampagnen optimal geeignet. Und dann für den traditionellen E-Commerce-Händler sind natürlich smarte Shopping-Kampagnen super, weil sie sich einfach sehr stark daran orientieren, Verkäufe durch Automatisierung weiter voranzutreiben. Aber wir werden auf jedes der Produkte noch im Detail eingehen. Ganz genau. Da fange ich am besten mal an mit den personalisierten Suchanzeigen. Und da starten wir direkt mal mit den responsiven Suchanzeigen. Ich persönlich finde, das ist eines der besten Produkte, die wir in der letzten Zeit auf den Markt gebracht haben, weil erstens, das spart massiv Zeit. Und zweitens, löst es ein ganz großes Problem, das wir haben, eben genau das Ausspielen von personalisierten Nachrichten an den richtigen Nutzer zur richtigen Zeit. Wie läuft das gerade ab? Was macht ihr gerade mit euren Google Ads Account? Beziehungsweise, was machen 90% der Leute von euch gerade mit ihren Ads Accounts? Anzeigengruppen, in diesen Anzeigengruppen werden Textanzeigen geschrieben. Und das kann dauern. Und vor allem, wenn man für jede personalisierte Nachricht in eine Textanzeige schreiben möchte, dann sitzt man den ganzen Tag dran und schreibt die ganze Zeit nur Textanzeigen und muss die ganze Zeit zwischen Anzeigen hin und her springen und diese schreiben. Was haben wir dafür jetzt für eine Lösung? Das sind die responsiven Suchanzeigen. Heißt ganz einfach, wir haben eine große Maske, in der wir bis zu 15 Anzeigentitel und vier Beschreibungen hinzufügen. Und was dann passiert, wir haben eben einen Algorithmus, der die bestmögliche Kombination aus diesen Textbausteinen, das sind Millionen Kombinationen aus denen, im richtigen Moment ausspielt. Das heißt, die Person, die gerade nach euch sucht, und vielleicht ist das der Jürgen, der gerade ein Business Hotel braucht, dann kriegt der eben die Anzeige, die zu ihm passt. Das heißt, das ist die Anzeige, die viele Komponenten von der, die viele Inhalte von der Business Seite des Hotels zum Beispiel beinhaltet. Und da haben wir einfach einen richtig, richtig großen Hebel, um die richtige Anzeige zur richtigen Zeit auszuspielen und eben die Zeit zu sparen, dass wir nicht die ganzen Anzeigen selbst schreiben müssen. Was haben wir noch für Vorteile? Wir haben mehr Anzeigenfläche im Vergleich zur klassischen Textanzeige. Das heißt, wir können bis zu drei Titel, oder es werden immer drei Titel ausgespielt. Und wir haben Flexibilität, weil die Kombination dieser Titel auch variiert wird und es wird eben über historische Daten auch erfasst, welche Kombination denn am besten für welchen Kontext funktioniert. Und jetzt fragen sich viele, okay, ich möchte aber nicht, dass diese Texte wirklich komplett zufällig zusammengewürfelt werden, weil man möchte ja auch wirklich eine bestimmte Botschaft an den Mann bringen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, einzelne Bausteine anzupinnen. Das heißt, wenn man eine rhetorische Frage hat oder wenn man den Namen des Unternehmens am Anfang nehmen möchte, kann man einfach sagen, das unbedingt auf die Position 1. Und dann wird das zwar variiert, das heißt, die Titel werden variiert, aber dieser Baustein wird immer an der ersten Position stehen. Und da hat man nochmal ein bisschen mehr die Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren. Und weil die Nachricht eben viel personalisierter ist, weil wir einfach jeder Person den richtigen Text zuspielen, haben wir auch einfach bis zu 10% mehr Klicks im Vergleich zu unseren klassischen Anzeigen. Was haben wir für Best Practices? Hier seht ihr schon mal so, wie das ein bisschen aussieht von dem Interface. So sieht das auch bei Google Ads aus. Und jetzt ein Tipp von uns. Das ist ganz einfach, die zu implementieren. Da kann man einfach über die Empfehlungsseite reingehen. Weil was passiert? Alle Texte, die ihr bisher selbst geschrieben habt in den Anzeigengruppen, die werden automatisch in diese Maske kopiert. Das heißt, wenn man die dann einfach aus den Empfehlungen übernimmt, bedeutet das ganz einfach, dass parallel zu den existierenden Anzeigen eine responsive Anzeige mit demselben Textbaustein geschaltet wird. Und wenn man sieht, dass diese Anzeige wirklich viel Traffic bekommt und sehr gute Performance-Kennzahlen erwirtschaftet, dass man da einfach eben noch viel Platz nach oben hatte, was die Kombination der jeweiligen Titel angeht und das Personalisieren der Nachrichten. Und wenn ihr sie selbst schreiben möchtet, diese Anzeigen, das geht auch ganz einfach über die Anzeigengruppe und über die Anzeigen, wie eine klassische Suchanzeige, solltet ihr mal mindestens fünf Anzeigentitel schreiben und davon ungefähr zwei bis drei Anzeigentitel, die sich auch auf konkrete Keywords beziehen. Das könnt ihr so machen, wie hier angezeigt, dass man einfach das Keyword direkt so hinschreibt oder dass der Titel mit geschweiften Klammern quasi geschrieben wird, sodass die Anzeige dann nur auslöst, wenn dieses Keyword dann auch wirklich im Besonderen gesucht wurde, was dann wirklich nochmal die Möglichkeit gibt, das gezielt zu steuern. Dann sollten wir darauf achten, dass die Titel nicht sehr ähnlich oder sogar dieselben Titel sind, weil dann wird das System die Anzeige nicht als ideal einstufen, weil die Unterschiede zwischen den Titeln einfach nicht so hoch sind. Und Beschreibungen sollten mal mindestens zwei reingeschrieben werden. Was wir in der Praxis aber machen, sind mal mindestens drei Beschreibungen. Vor allem klingt erstmal viel, aber sobald man das einmal geschrieben hat, deckt das quasi die gesamte Anzeigengruppe ab und ist ein wahnsinnig wertvolles Instrument, damit wenig Zeit, super Ergebnisse zu erzielen. Genau, und wie eben gesagt, was wirklich wichtig ist, könnt ihr an den richtigen Positionen, an den relevanten Positionen fixieren und dadurch echt Top-Ergebnisse erzielen. Genau, und ein letzter Punkt zu diesen Anzeigen, das ist auch sehr cool, man sieht direkt, wie gut ist die Anzeige, wie gut wird die Anzeige eingeschätzt, was eben an den gesamten Dimensionen gemessen wird, die ich euch eben kurz vorgestellt habe. Genau, und jetzt erzählt euch Nils ein bisschen was über die dynamischen Suchanzeigen. Ganz genau, danke dir Lukas. Nochmal zu den Empfehlungen. Die basieren bisher auf euren bestehenden Anzeigen, deswegen nehmt die euch auf jeden Fall als Basis, um weiter darauf aufzubauen, aber auch hier natürlich noch die super Möglichkeit, einfach nochmal in seinen Account reinzugehen und zu sagen, hey, ich füge nochmal ein bisschen was hinzu, ich verbessere nochmal meinen Account, ich bin nochmal ein bisschen kreativ und füge da noch weitere Sachen hinzu. Wie gesagt, die Richtwerte hat euch ja Lukas gerade schon mitgegeben. Ja, während wir mit den responsiven Suchanzeigen verbessern, was wir schon am Account haben, gehen die dynamischen Suchanzeigen auf eine andere Ebene. Und zwar versuchen wir mit dynamischen Suchanzeigen relevante Suchanfragen für eure Webseite abzugreifen, die uns bisher möglicherweise entgangen sind. Ich hatte am Anfang schon mal gesagt, dass ein Großteil der Suchanfragen, die immer wieder reinkommen, bei Google auf einer täglichen Seite, vorher noch nie geshellt wurden. Das bedeutet, man kann eigentlich nie alle Keywords abgreifen, die tatsächlich relevant für sein Business sind. Gleichzeitig updatet sich die Webseite die komplette Zeit. Das bedeutet, wie kann man das am besten zusammenbringen? Wir versuchen über dynamische Suchanzeigen genau das zu tun. Bei dynamischen Suchanzeigen scannt unser Algorithmus eure Webseite und guckt, okay, welche Informationen sind auf dieser Webseite vorhanden? Und wenn nun Nutzer und Kunden nach Keywords suchen, die relevant sind für eure Webseite, bisher aber noch nicht über eure Keyword-Listen abgedeckt werden, dann kommen dynamische Suchanzeigen ins Spiel. Und zwar, wohin gehen wir bei responsiven Anzeigen alles selber gestalten. Dynamische Suchanzeigen passen sich immer entsprechend an, was ist denn tatsächlich relevant für den Kunden. Das heißt, alles, was wir hier gerade mit reinbringen, ist inkrementeller Traffic und inkrementeller Verkäufe und Leads für euch. Ich sage immer, eine klasse Möglichkeit, um einfach abzudecken, die Landingpages, die im Moment sowieso schon von euren Suchkampagnen beworben werdet, könnt ihr hier nochmal abdecken und sagen, okay, ist da vielleicht irgendein Keyword, das ich verpasst habe, irgendwelche Informationen, die wir bisher vielleicht neu auf die Webseite hinzugefügt haben, aber noch nicht in Google Ads auch bewerben. Und genau dafür sind dynamische Suchanzeigen wirklich die richtige Lösung. Und wir bewerben mit der, sage ich mal, Best-Practice-Version, und zwar nur die Landingpages, auf denen wir im Moment sowieso schon Anzeigen haben, die wir mit Anzeigen bewerben. Das heißt, auch nur die Dinge, die tatsächlich beworben werden sollen, werden hiermit auch abgedeckt. Wenn wir hier jetzt auch so ein bisschen in die Best-Practice reingehen, also einmal alles inkrementell, was im Moment über dynamische Suchanzeigen hinzukommt, wir sparen unfassbar viel Zeit, weil sich die Anzeigen individuell vom Titel her generieren. Ihr seht es hier recht, bei den dynamischen Suchanzeigen, dass der Anzeigentitel und die Anzeigen-URL dynamisch angepasst werden, je nachdem, was gerade relevant für die Keywords sind. Und damit sparen wir natürlich super viel Zeit. Gleichzeitig müssen wir nur die Beschreibung hinzufügen, die grundsätzlich zu dem Bereich der Webseite, in dem wir die hier mit Moment abdecken, passen sollte. Und wir bekommen gleichzeitig auch die Transparenz und Kontrolle, dass wir sehen, welche Suchbriffe wurden denn gesucht, welche Keywords sind vielleicht noch nicht in unseren normalen Kampagnen drin und können diese dann wieder rüberziehen in unseren normalen, optimal ausgerichteten und jetzt mit auch mit responsiven Suchanzeigen ausgestatteten Kampagnen und die noch extra hinzufügen. Dadurch haben wir optimalerweise bis zu 29% mehr Conversions über Begriffe, die wir vielleicht vorher noch gar nicht abgedeckt haben und dadurch auch einfach niedrige CPAs, weil das vielleicht auch Begriffe sind, die zwar auf unserer Webseite und zu unseren Produkten gut passen, aber vielleicht noch gar nicht so stark umworben sind. Dadurch haben wir einen wirklich starken Wettbewerbsvorteil. Ja, wenn wir uns nochmal die Best Practices anschauen, wie wir hier gerade sehen, das ist eine dynamische Suchkampagne, wie sie optimalerweise laufen sollte. Wir kombinieren sie mit Smart Bidding, dass wir sagen, okay, wir setzen ein Ziel-CPA da drauf, lassen den Algorithmus hier die Arbeit machen, haben das Budget uneingeschränkt, sagen aber, wir sind bereit, einen festen Preis pro Conversion zu zahlen und gucken uns dann im Anschluss natürlich auch den Bericht zu den Suchbegriffen an. Was für, welche Kombination mit Golden Hotel, um auf unser Beispiel von Anfang zurückzukommen, wurden gesucht, welche Zielgruppen suchen möglicherweise nach unserem Hotel, die wir bisher vernachlässigt haben, können wir dort für unsere Webseite anpassen, die Landingpage verbessern, etc. Genau, und dadurch maximieren wir im Endeffekt unsere Websiteabdeckung durch Google Ads, dass wir sagen, okay, alles, was bei uns auf der Website relevant ist, womit wir Kunden erreichen, wollen wir natürlich auch bewerben. Ja, das sind im Endeffekt die dynamischen Suchanzeigen. Jetzt, um das mal wieder in den Vergleich zu setzen, wir haben dort eine Menge Fachbegriffe natürlich auch verwendet. Wofür eignet sich was? Wir haben einmal die responsiven Suchanzeigen, wie sie Lukas vorhin mit reingebracht hat. Hier geht es tatsächlich darum, das, was ihr bisher macht, was ihr bisher bewerbt, zu optimieren. Anzeigen, Titel, Beschreibungen, Landingpages, alles wird individuell von euch bestimmt. Ihr entscheidet, welchen Teil eurer Website ihr bewerbt und wie ihr diesen bewerbt. Und ihr entscheidet auch, welche Keywords hier genutzt werden, um diese Anzeigen anzupassen. Gleichzeitig, die dynamischen Suchanzeigen sind dafür da, weiter zu wachsen und weiter auszubauen, was ihr bisher schon in Google Ads macht. Ihr schaut euch an, okay, diese Bereiche unserer Webseite bewerben wir, die Titel und Landingpages werden automatisch generiert und ihr müsst euch nur mit der Beschreibung beschäftigen und die Ausrichtung wird auch automatisch vom Algorithmus entschieden und ihr könnt diese Informationen nutzen, um euer Keyword-Targeting immer besser zu machen. Also, responsive Suchanzeigen zur Verbesserung von dem, was ihr bisher macht, dynamische Suchanzeigen zur gesamten Abdeckung und gleichzeitig noch als Research-Tool. Das funktioniert sowohl beim Mittelstand als auch beim Start-up. Genau, das funktioniert immer. Das ist eine super Kombinationsmöglichkeit. Und jetzt geht Lukas noch mal ein bisschen in unser Display-Netzwerk ein. Genau, aber dazu vielleicht noch, weil wir jetzt gerade auch wirklich viel auf der technischen Ebene erklärt haben, vielleicht noch aus meinen persönlichen Erfahrungen, Situationen, in denen diese dynamischen Suchanzeigen vor allem wahnsinnig gut funktioniert haben. Einmal, wenn man einen sehr komplexen Online-Shop hat. Wie Niel schon sagt, die Seite aktualisiert sich täglich. Das Angebot ist abhängig von dem, was man vielleicht auch an Lieferungen reinbekommt. Zum Beispiel bei Händlern für gebrauchte Elektronikgeräte. Und da setzt man einfach eine DSA auf. Und ich habe das tatsächlich schon mal gemacht in der Praxis, ohne klassische Suchkampagne, nur mit dieser dynamischen Suchanzeige, weil sie eben alle Seiten scannt und automatisch die Anzeigen erstellt und damit die Produkte bewirbt, ohne dass man für jedes Produkt eine Kampagne, eine Anzeigengruppe schreiben muss. Das ist schon mal sehr interessant. Oder, super Beispiel, kann ich jetzt auch ein Lied von singen, wenn es in den Export geht. Wenn man zum Beispiel eine französische Seite hat, und man hat die ganze Seite auch französisch, aber man ist jetzt vielleicht nicht, der AdWords-Experte ist jetzt nicht so im Französischen drin, dann schreibt diese dynamische Suchanzeige eben auch die Anzeigen in der Landessprache. Und somit kann man auch wunderbar die Fremdsprachenteile der eigenen Webseite mit so einer dynamischen Anzeige abdecken. Und das dient euch jetzt einfach nur vielleicht kurz dem weiteren Verständnis, dass ihr das auch in der Praxis noch mal ein bisschen besser einordnen könnt. Die Möglichkeiten, die wir mit den responsiven Suchanzeigen haben, die gibt es auch im Display-Netzwerk. Und das finde ich auch eine super, super Neuerung, weil was wir eben klassisch hatten, war diese Display-Kampagne, wo man wirklich begrenzte Möglichkeiten hatte, da die Inhalte zu kombinieren. Und sehr ähnlich wie die responsive Suchanzeige hat man hier die Möglichkeit, verschiedene Bilder, verschiedene Logos, verschiedene Titel, verschiedene Beschreibungen, in Calls-to-Action, die alle in einem Maske hinzuzufügen und dann wird eben für den jeweiligen Kontext die beste Anzeige ausgespielt. Was heißt Kontext in dem Falle? Das kann man jetzt aus zwei Seiten betrachten. Einmal die Personalisierungsseite, also der Nutzer, der nach dem Hotel sucht, dass dann zum Beispiel eben der Diana, die dann eher ein Familienfreundlich-Hotel sucht, dass der dann eben die Anzeigen ausgespielt werden, die das vielleicht ein bisschen fördern, wo wirklich auch Kinder drauf sind und die Vorteile des Hotels in dieser Richtung genutzt werden. Aber eben auch auf der zweiten Seite, das Format, je nachdem, wo gerade gesucht wird. Wo meine ich das Gerät? Wir haben extrem starke Bewegungen im Mobilbereich, auch immer noch, das wächst und wächst. Und wir möchten natürlich, dass unsere Anzeige auf einem mobilen Endgerät genauso schön aussieht, wie jetzt an einem Desktop-Computer. Und das machen diese responsiven Displayanzeigen eben auch, dass sie sich an die Seite anpassen, auf der sie gerade ausgespielt werden. Und das geräteübergreifend. Wahnsinnig, wahnsinnig cooles Instrument. Und da kann man eben fünf Anzeigen, Titel nehmen, fünf Bilder, fünf Beschreibungen. Man kann ein Logo hinzufügen und sogar den Unternehmensnamen und eben einen besonders langen Titel extra noch hinzufügen. Und da hat man sehr viele Möglichkeiten auch auszuprobieren, was denn jetzt davon am besten funktioniert. Und da haben wir eben immer noch, wie bei der responsiven Suchanzeige, 100% Kontrolle über das, was ausgespielt wird. Sowohl von den Farben her, als auch von den Bildern her, als auch von den Texten her. Das Einzige, was man nicht kontrollieren kann, ist die Kombination. Aber es gibt einfach Bereiche, die überlässt man lieber in einem System, das sich wirklich auf historischen Daten beruht und einfach dann lernt, in welcher Situation welche Anzeige wirklich funktioniert und welche dann eben noch zu einer Conversion führt oder zu einer relevanten Interaktion, die ihr gerne auf eurer Webseite hättet. Genau. Und das eben auch wie bei der responsiven Suchanzeige, da haben wir eben auch die Möglichkeit, uns einfach mal Feedback geben zu lassen im System. Wir speisen Bilder ein und dann wird eben da eine Übersicht gezeigt, wie ihr das hier schön auf der Folie sehen könnt, in der dann steht, wie gut die Anzeige von Google bewertet wird und ob das wirklich eine Displayanzeige ist, mit der man arbeitet. Weil ich habe oft das Problem, dass Kunden fragen, ist das eine gute Displayanzeige, ist das ein schönes Bild? Und es ist manchmal relativ schwierig einzuordnen, aber da hat man schon mal so ein bisschen eine Ausgangsposition oder eine Grundlage, um zu sagen, okay, das könnte funktionieren, weil das in einer ähnlichen Branche zum Beispiel auch schon mal gut funktioniert hat bei einem ähnlichen Wettbewerber. Ja, ich meine, ich kann da gerade so, wenn man aus dem Startup-Bereich kommt und es einfach oft auch Bereiche sind, die noch nicht so, also neue Produkte oder neue Geschäftszweige sind, dann weiß man natürlich nicht so richtig, was funktioniert und dann sind solche Displayanzeigen oder auch die responsiven Suchanzeigen eine Möglichkeit, einfach mal rauszufinden, was funktioniert denn tatsächlich besonders gut und daher auch so nochmal von unserer Seite so ein bisschen Best Practices, was das Display angeht, wie man die am besten gestaltet. Ja, das ist super, danke, danke dafür, das sind echt coole Beispiele immer für sowas. Und was wir dann noch haben, ganz klassisch und ziemlich kurz gefasst, die Best Practices, da wollen wir einfach wirklich viele Assets haben, dass da wirklich so viele Bilder wie möglich, dass ihr die da reinmacht, dass die hochwertig sind, es lohnt sich immer die Zeit zu investieren, da hochwertige Bilder, hochwertiges Bildmaterial zu benutzen und einen Call to Action zu haben, dem Nutzer eine Motivation zu geben, warum soll er jetzt auf diese Anzeige klicken und zum Beispiel ein Call to Action, das ist eben jetzt buchen, jetzt besuchen, jetzt kaufen, das sind eben so nochmal so Trigger, bei denen der Kunde dann sagt, okay, da kann ich schnell das durchführen, was ich gerne durchführen möchte. Genau, und jetzt haben wir das Thema automatisierte Kampagnen. Bisher haben wir nur über die Kampagnen geredet, die ihr schon kennt, die klassische Suchkampagne, die klassische Displaykampagne und wie man da mit so ein bisschen, wie man da mit automatisierten Anzeigenformaten ein bisschen mehr Automatisierung reinbringen kann. Jetzt gibt es aber noch eine Weiterentwicklung des Ganzen und da sprechen wir jetzt von der smarten Displaykampagne und das ist ein wahnsinnig wirkungsvolles Produkt, wenn man es richtig, richtig benutzt. Es ist nicht einfach in der einen Richtung, aber man kann damit unfassbar gute Ergebnisse erzielen. Weil was das genau macht, ist eine vollautomatisierte Kampagne. Man benötigt ein Budget, man benötigt ein Ziel-CPA und man benötigt Assets, Texte, Bilder, Logos. Mehr benötigt man nicht. Was passiert? Bei Google, das kennt ihr bestimmt mit den Suchkampagnen und Displaykampagnen schon, es gibt sehr viele Zielgruppen, die man ansprechen kann. Sowohl der Jürgen als auch die Diana, das sind ja übergeordnet, sind die ja in der Zielgruppe drin. Der Jürgen eher in so einem Businessbereich, jemand, der viel auf Geschäftsreisen geht. Die Diana, die einen größeren Familienfokus zum Beispiel hat. Die Sabine ist auch in ihrer eigenen Zielgruppe. Und davon haben wir eine riesen, riesen Liste an Zielgruppen, die bei Google eben erfasst werden und die eben auch bei Google Ads hinterlegt werden. Was diese smarte Display-Kampagne macht, ist, die bezieht eben auch noch diese Zielgruppen mit ein. Das sind zum Beispiel auch eure Remarketing-Listen und ist damit ein sehr wirkungsvolles Instrument, dem richtigen Nutzer zur richtigen Zeit die richtige Anzeige auszuspielen. Und das beruht viel auf Conversion-Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dass man sieht, okay, der Jürgen an einem Donnerstagnachmittag um 15 Uhr, wenn der immer seine Geschäftsreisen bucht, dem müssen wir auf genau der Seite diese Anzeige ausspielen, damit er eben dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit unser Produkt nutzt, was auch in dem Reisesegment aufgestellt ist. Und das ist einfach wahnsinnige Zeitersparnis, weil diese Zielgruppen manuell hinzuzufügen, es bedarf ewigen Testläufen, wenn man nie weiß, welche funktioniert gut, welche schlecht. Und das macht eben die smarte Display-Kampagne komplett automatisch und zieht die Daten, die historischen Daten und baut sich das eben komplett selbst auf. Und spielt dann eben diese responsiven Display-Anzeigen aus. Also diese responsiven Display-Anzeigen sind eine Komponente der smarten Display-Kampagne und hat dadurch noch, und darüber hinaus hat man noch viel mehr Möglichkeiten, das zu automatisieren. Genau. Und da haben wir eben bis zu 20 Prozent mehr Convergence im Vergleich zu den klassischen Display-Kampagnen, weil wir einfach einen viel größeren Hebel haben, das richtige Gebot zur richtigen Zeit abzugeben. Und deshalb kann das ein sehr wirkungsvolles Instrument sein. Aber da ist es halt besonders wichtig, dass auch die, wie bei den Display-Anzeigen, dass die Anzeigenqualität und die Bildqualität schon hoch ist. Das würde ich auch an der Stelle nochmal betonen. Also die Anzeigen-Assets sind es tatsächlich bei den Display-Kampagnen, vor allem bei den smarten Display-Kampagnen, das A und O. Und dort nochmal als persönliche Best Practice, schaut nach, dass das, was euer Produkt, euer Ziel, was ihr damit löst, das Problem, das ihr damit löst, das sollte über die Display-Kampagne klar werden. Bedeutet, wenn man einen Pannenservice hat, dass man ein Bild nimmt, wenn jemand eine Panne hat, dass man sich dann konkret davon angesprochen fühlt. Also nicht einfach nur reine Marketing-Images, sondern tatsächlich Images, wo man draufschaut und sagt, okay, das ist ein Problem, das ich auch habe, dann klicke ich drauf und möchte eine Lösung dafür haben. Das ist noch eine Best Practice, die hier echt besonders gut funktioniert. Genau. Genau. Ja, dann würde ich auch direkt weitermachen nochmal in den, wie können wir die intelligenten Gebotsstrategien und die automatischen Anzeigen auch ins Shopping mit reinbringen. Viele von euch werden sich im Shopping und im E-Commerce auch auskennen und hier war es auch früher so, dass die Shopping-Kampagnen sehr viel über manuelle Kost-pro-Klick-Preise gesteuert werden, wohingegen wir Smart-Shopping-Kampagnen jetzt super einfach einrichten können. Wir sagen, okay, alle Produkte, die bei uns auf der Website sind, möchten wir bewerben. Als Informationen und Keywords dafür nutzen wir die Infos, die auch auf der Website sind, weil das sind ja die Relevanten, euer Shop ist ja ausgestattet mit den Informationen, die wichtig sind. Und im Endeffekt ist es eine rein ergebnisorientierte Kampagne. Bedeutet, wir geben der Kampagne ein Budget und sagen, das sind unsere Produkte, hol uns das Maximum an Umsatz raus, was du davon rausholen kannst. Und da ist der Algorithmus tatsächlich besonders gut. Er optimiert im Endeffekt auf einen Return on Investment. Wie kriegt man den meisten Umsatz aus dem, was in die Smart-Shopping-Kampagne gesteckt wird? Auch haben wir sowohl bei uns und unseren Teams als auch über die Teams, mit denen wir gesprochen haben, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es nimmt auch sehr, sehr viel Zeit weg, wenn man sich gerade große Online-Shops anschaut, die dort mit am Kämpfen sind, die effektiv komplett zu bewerben. Genau. Und dazu vielleicht noch, was ein sehr wertvoller Vorteil der Smart-Shopping-Kampagne im Vergleich zu einer regulären Shopping-Kampagne ist, ist, dass man das Display-Netzwerk noch mit reinnimmt. Wie funktioniert das? Vor allem bei zeitintensiven Produkten. Produkten, wo man lange Recherche macht und niemals beim ersten Mal kauft. Rennrad zum Beispiel. Das kauft man nicht beim ersten Mal. Das ist klar. Und was eben diese Smart-Shopping-Kampagne macht, wenn sie richtig eingerichtet ist, ist, dass man eben, wenn man über das Shopping-Interface auf die Webseite von euch kommt, sich dann das konkrete, sagen wir mal, Rennrad anschaut und dann aber sagt, okay, ich möchte mir vielleicht mal die Angebote von Wettbewerbern angucken oder nochmal in ein Forum reingehen, um zu schauen, welches Rennrad ist denn für mich überhaupt am besten. Dann spielt die smarte Shopping-Kampagne genau dieses Rennrad, das ihr euch angeschaut habt, nochmal im Display-Netzwerk aus und mit einem Klick ist man dann direkt wieder auf der Seite, wo man das Produkt direkt dem Warenkorb hinzufügen kann. Und das kann man eben in einer klassischen Shopping-Kampagne nicht machen und das ist, finde ich, auch ein sehr wertvoller Teil der smarten Shopping-Kampagne. Genau. Und dann haben wir vielleicht noch kurz die Info mit den Conversion-Werten. Genau. Also, wie gesagt, sie orientiert sich halt nicht an Conversions, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, einen Baumarkt zum Beispiel von ganz günstigen Produkten bis super teuren Produkten. Es bringt es natürlich nicht, super viele Conversions zu haben, wenn man immer nur eine kleine Packung Nägel verkauft, aber dafür die großen, teuren nicht verkauft werden. Das heißt, es geht hier um tatsächlich Conversion-Werte, womit macht man den meisten Umsatz und dort sehen wir bis zu 20% höhere Werte im Vergleich zu normalen Shopping-Kampagnen. Genau. Soweit zu den smarten Shopping-Kampagnen. Genau. Und dann nochmal vielleicht kurz zu einer anderen Art von automatisierten Kampagnen, die viele von euch vielleicht schon kennen, weil sie es schon ziemlich lange gibt. Das sind einfach die App-Kampagnen. Das ist besonders relevant, wenn ihr, wie der Name schon sagt, eine App anbietet und diese App einfach fördern möchtet, wenn ihr da mehr Downloads erzielen möchtet. Dann wird diese App eben im Suchnetzwerk ausgespielt oder im Display-Netzwerk oder auf YouTube. Da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, den Nutzer dazu zu bewegen, eine App herunterzuladen. Und vor allem, wenn das eine App ist von einer Seite, die die Person schon häufig frequentiert und gar nicht wusste, dass es vielleicht eine App davon gibt, dann kann man damit immer noch schön die App-Downloads steigern, indem man das zusätzlich anspielt. Und das wird eben auch komplett automatisiert ausgespielt. Man muss eben bloß die App-Daten hinterlegen, das Ganze einmal einrichten und dann ist das sehr schnell gemacht. Genau. Und abschließend natürlich ein Problem, was sozusagen schon lange natürlich im digitalen Marketing existiert. Wie bekommt man die Connection zwischen digitalem Marketing und tatsächlich, wenn ich einen Shop, einen Store habe, wie kriege ich die Connection hin, dass die Leute nicht nur meine Werbung sehen, sondern auch tatsächlich in den Shop reinkommen. Und dafür sind unsere lokalen Kampagnen wirklich super, weil die genau darauf ausgerichtet werden. Und zwar über alle unsere Netzwerke hinaus. Viele davon haben über eine Milliarde Nutzer. Also von der Google-Suche bis hin sogar auch in Google Maps werden diese Anzeigen ausgespielt. Das heißt, auch gerade wenn jemand in der Nähe von einem Restaurant zum Beispiel ist, bekommt man genau dafür die Werbung oder in der Nähe von einem Shop. Das Unternehmensprofil wird direkt auch über Maps dann präsentiert. Und auch im Display bekommt man die Anzeigen sehr lokal geschaltet, sehr einfach skalierbar, wenn man mehrere Shops in unterschiedlichen Locations hat. Und so bekommt man die Connection vom digitalen auch tatsächlich zu den Store-Wilts vor Ort. Genau. Ja, zum Fazit wollen wir heute jetzt natürlich nochmal kommen. Das waren eine Menge Informationen. Was ist am Ende die Key-Essenz davon? Es geht uns vor allem darum, dass wir durch Automatisierung viel Zeit sparen können. und Dinge wie das Verwalten von Anzeigen und Keyword-Listen, die zum Teil sehr, sehr zeitintensiv und natürlich sehr wichtig sind, aber auch einfach automatisierbar sind, dass wir diese Zeit euch als Account-Managern wieder zurückgeben wollen und sagen, hey, lass uns doch lieber auf strategische Arbeit, auf wirklich langfristiges Planen uns konzentrieren und nicht auf einfach administrative Tätigkeiten. Wir bekommen über automatisierte Anzeigen-Typen Kontrolle über das Design, das natürlich auch super wichtig ist, gerade wenn es um wichtige Brand-Themen geht. Das behalten wir natürlich auch bei Automatisierung bei. Gleichzeitig geht es im Endeffekt jedem Business darum, die Conversions zu erzielen und zu erhöhen. Und hier sind einfach smarte Anzeigen und smarte Kampagnen eine sehr gute Möglichkeit, das noch basierend auf der Kreativität, die ihr mit reinbringt, einfach noch mehr Conversions zu erzielen und abschließend natürlich dann optimalerweise vollständig automatisierte Kampagnen in Betracht zu ziehen, damit wir neue Kunden gewinnen, damit wir inkrementell unser Business weiter wachsen können, um neue Geschäfte zu eröffnen, um neue Markte zu erschließen und tatsächlich das, was ihr alle macht, eure Geschäfte zum Wachsen zu bringen und langfristig stabil aufzustellen, genau dafür sind diese automatisierten Kampagnen eine besonders gute Möglichkeit. Ganz genau. Vor allem du hast den wichtigsten Punkt erwähnt, weniger Zeitaufwand für operatives Arbeiten im Account, für Hygiene-Themen, für Account-Pflege-Themen und dafür mehr Zeit, um wirklich sich Gedanken zu machen, welche Strategie ist jetzt am besten, welche Art von Kampagnen soll ich zu welcher Zeit vielleicht starten, weil dann haben wir die Erfahrung gemacht, wenn diese Themen automatisiert laufen, dass wir dann wirklich auf einer sehr strategischen Ebene sehr langfristig planen können und dann auch wirklich für das nächste Jahr schon die ersten Ziele zu definieren und dann wirklich konkret im Account an den Zielen zu arbeiten und das ist sehr wertvoll und es gibt noch viele weitere Themen, die sehr relevant sind über die automatisierten Anzeigen hinaus und da gibt es dann die nächsten Tage die weiteren Episoden zu. Da wünschen wir euch viel Spaß, danken euch für die Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen guten Tag. Ganz genau. Vielen Dank natürlich auch von meiner Seite. Die nächsten Themen sind jetzt, wie man durch Automatisierung noch mehr Leads generieren kann und danach die Grundlagen für die App-Werbung, die werden über die nächsten Tage und Wochen auch hinzugefügt. Dabei natürlich viel Spaß und auch noch schöne Grüße nach Deutschland von meiner Seite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. 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 Vielen Dank.